Bestmöglicher Rundum-Service für Automobile aller Marken. Das erwartet Sie und Ihr Fahrzeug im Car-Service-Center Teichrieb in Alheim-Heinebach. Ihr Auto läuft nicht so rund, wie Sie es sich wünschen? Oder die Karosserie weist eine Beschädigung auf? Dann bewahren Sie ruhig Blut und kommen Sie in die vertragsfreie Werkstatt an der Nürnberger Straße. Hier kümmern sich Kfz-Meister Alexander Teichrieb und sein engagiertes Team mit Sachverstand und großem handwerklichem Geschick um Ihr Fahrzeug. Aufgrund der Termintreue und der 1A-Qualität aller Arbeiten sowie als ausgemachter Turbolader-Spezialist hat sich der mehrfach zertifizierte Betrieb einen ausgezeichneten Ruf im ganzen Landkreis Hersfeld-Rotenburg erworben. Der Verkauf von Zubehör, Autoglasreparatur, Achsvermessung, Klimaservice und Neureifenmontage kompletieren das Angebot. Car-Service-Center Teichrieb – sympathischer Kundendienst und erstklassiges Know-how bei sämtlichen Autofragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017